Moin moin ihr unrasierten Sonntagshandwerker. Mein Tisch ist immer noch kaputt, also nicht kaputt, einfach nicht fertig gemacht, naja egal. So, heute ist ein kurzes Video, wie jeden Sonntag, aber wird bestimmt wieder ein Zweiteiler. Nein, heute wird es wirklich kurz. Und zwar bauen wir heute eine Wandkur. Und dazu gehen wir mal zur Werkbank. Ja, meine Tochter ist ja letztes Jahr mit dem Auto rübergefahren, mit meinem VW-Bus über die Flex, die ist heil geblieben. Meine Augen sind so schlecht geworden im letzten Jahr. Alles was so irgendwie unter acht bis zehn Zentimeter ist, kann ich einfach gar nicht mehr erkennen. Ich habe im Sommer eine neue Welt. So, ich habe ja zum Glück meine S5 oder gibt es auch S6 Arbeitsschuhe an, naja. So, aufgepasst. Hier habe ich ein Uhrwerk, beste China-Ware wahrscheinlich. Das ist alles schon soweit fertig, muss noch eine Batterie rein und natürlich alles zusammengeschustert werden. Und als Ziffernblatt oder als Uhr selber, nehmen wir hier diese Flexscheibe. Ihr seht, die ist ein bisschen schief. Ja, meine Tochter ist ja letztes Jahr mit dem Auto rübergefahren, mit meinem VW-Bus über die Flex, die ist heil geblieben. Die Scheibe hat noch nicht überlebt, ist nicht mehr so ganz intakt. Und daraus bauen wir jetzt die Uhr. Und zwar, das wird das Ziffernblatt, diese Mimik kommt hinten ran und dann vorne die Zeige. Ich habe das auch noch nie gemacht, wir müssen mal sehen, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Los geht's. So, ich hoffe, ihr könnt das alles überblicken. Packen wir den Scheiß mal aus hier. Tausend Teile. Ich habe da schon mal raufgeguckt zwar, aber das muss ich das trotzdem nicht. So, wir müssen mal gucken. Jetzt kann das natürlich sein, dass das Loch hier in der Flexscheibe zu groß ist. Also, das kommt hinten ran natürlich. Was haben wir hier denn noch? Das ist nur für die Zeiger zum Befestigen. Der wird hier rauf kommen. Richtig? Man, das ist schon wieder so ein Gefriemel. So glaube ich. Dann kommt das da rauf. Alter, jetzt kriegen wir aber, ist natürlich diese Scheibe zu klein. Wir gucken mal, ob wir noch eine andere Scheibe haben. Hier ist meine super Schraubenschublade. Ich halte euch jetzt hier in der linken Hand. Es könnte ein bisschen wackeln, aber es macht ja nichts. Hier sind Scheiben. Die passen? Ich weiß es nicht. Ich muss euch mal wieder anders hinstellen. So, ich habe mir meine Lesebrille mitgebracht. Ja, man kann was erkennen. Meine Augen sind so schlecht geworden im letzten Jahr. Alles, was so irgendwie unter 8 bis 10 cm ist, kann ich einfach nicht mehr erkennen. Dabei fällt mir ein, wenn ich mit meiner Frau alleine bin, sage ich mal, dann setze ich auch meine Brille auf. Okay, lassen wir das Thema. Also, jetzt versuchen wir das mal zusammen zu friemeln hier. Achso, die Scheiben wollen ich noch mal ausprobieren. Oh, das könnte passen. Muss aber alles so ein bisschen zusammenhalten, ne? Komm mal runter, dann können wir besser kommen. So, wie machen wir das denn jetzt? Lassen wir die Brille nochmal wieder ab. Wir kippen erstmal die ganzen Schuhe hier aus. Stunden-Minuten-Zeiger, noch eine Scheibe. Ach du Scheiße. Wer soll denn diese kleine... Wer soll denn dieses Ding da bitte rauf fummeln? Ich hoffe, das wird nicht geschraubt noch. Gut. Hier ist das. Gucken wir mal. Jetzt muss ja nur... Also erstmal die Scheibe, das ist natürlich klar, ne? Hatte ich die eben auch noch. Passo. Scheibe. Dann kommt erst der Stundenzeiger. Stunde, Minute und dann kommt das Ding schon rauf. Ne, jetzt muss das ja erstmal festgeschraubt werden, ne? Jetzt kommt die Scheibe eigentlich auch noch. Die machen wir aber auch nochmal drauf. Vorsichtshalber. Geht schon los das Gefriemel, Alter. Genau die richtige Arbeit für mich. Jetzt die Mutter. Soll ich das mal aufgefallen oder ist das bei euch auch so? Umso fummeliger die Arbeit ist, umso leiser sprecht ihr auch. Schreibt es in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Es ist ganz gut, dass das Gewinne so lang ist, weil die Flexscheibe hier ja so verbogen ist. Nicht, dass die Zeiger da hängen bleiben, ne? Aber das sieht so aus, als wenn das ganz gut hinkommt. So. Ey Junge, Spinne geben die so richtig. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Das Ding muss also ungefähr gerade sein. Äh, ist ja egal, Alter. Das ist doch scheißegal, wie das hängt, ne? Ich muss noch einen Maulschlüssel holen. Ein Maul, ein Maul. Oh, ich krieg diese... Ich hab mit dem Sommer eine neue Weltzeugkiste gekauft. Die krieg ich einfach nicht auf. Oh, das ist ein Scheiß, Alter. Leck mich im Arsch. Boah, meine Presse. So, ich habe hier eine Auswahl angekündigt. Alles die gleiche, jetzt nicht mit dem Rasse. Ja, passt ja alles nicht. So, das Ochsenwetter schön an. Hier nochmal ein bisschen gegen. Da passt auch nicht, aber es geht trotzdem. So, wenn es nicht zu doll macht, dann fliegt man unten die ganze... dieses Uhrenwerk auseinander wahrscheinlich. Mann, sieht das scheiße aus. Ah, hier ist der Aufhänger. Ja, der ist natürlich schief. Voll gemacht, aber da kann man hinbiegen. Dann kommen die bei der Marie rein. Haben wir auch schon parat. Die liegt da vorne. So, ja, jetzt habe ich hier... Ne. Jetzt kommt er ist der Stundenzeiger. Ich wollte erst was anderes nehmen als Stefan Blatt. Das wäre aber schwarz gewesen. Das ist natürlich ungeil, wenn die schwarzen Zeiger dann davor sind. Dann kennen sie gar nichts mehr. Also, erstmal Stundenzeiger. Naja. Das wird glaube ich nur drauf gedrückt. 4 Stunden der Minute. Ich glaube, das wird nur drauf gedrückt. Ist das so richtig? Ja. Ist das so? Ist das richtig drauf? Zumindest geht es nicht weiter. Minute. Ist das drüber? Oder was? Oh, gleich verbogen die Scheiße. Sind wir wirklich gleich fertig schon oder was? Das ist wieder geil. Dann kann ich auch noch eine Mittagsstunde machen gleich. Jetzt kommt das Schwierigste. Hier. Den Nubs wieder drauf zu drücken. Aber selbst das habe ich schon. Kann ja sein, dass das fertig ist. So mal eine Batterie. Was gehört denn da für eine rein? Ist das noch eine kleine? Kann das nicht erkennen? Nein. Ah, wir haben noch eine andere. Ja, zu wenigstens eine 3A Batterie. So. Batterie rein. Ist ja irgendwie noch... Nein. Es ist nichts mehr dran. Jetzt müssen wir die auch noch stellen. Keine Uhr da. Ich baue eine Uhr und sage, ich habe keine Uhr da. Es ist 13.05 Uhr. Jetzt müssen wir mal gucken. So wäre das normal. Dann ist das ja schon auf 13 Uhr. So würde die hängen. So. Dann wäre so 13 Uhr wahrscheinlich und so 13 Uhr 5. Ach, die kann man da auch noch stellen. Guck mal hier. Ich bin so schlau. Gut, wenn das Ding jetzt... Aber einschalten kann man den ja nicht. Den Kollegen. Drehen tun die Zeiger sich. Batterie ist drin. Wir hängen die einfach mal auf. Und dann gucken wir mal, ob die funktioniert. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Die nehmen wir mal kurz ab. Die müssen mal nicht hängen. Und dann hängt wieder diese super Uhr auf. Ja, die Schraube müsste jetzt noch ein bisschen weiter rein. Klar, aber das ist erstmal so, dass wir sehen können, ob die läuft. Jetzt könnt ihr euch hier eine Stunde hinstellen. Das Video gucken. Und den Zeiger beobachten. Was haltet ihr davon? Ne, war ein Spaß. Ich zeige euch noch mal kurz was anderes. Und zwar... Das hat jetzt überhaupt noch nichts mit der Ruhe zu tun. Aber ich möchte euch das mal zeigen. Das hat meine Frau im Baumheim gefunden. Dieses Gerät hier. Das ist eine ganz normale Knarre. Wie ihr seht. Und da ist so eine Nuss bei gewesen. Und die sieht so aus. Guck mal hinter euch. Warte. Ich kann euch das besser erklären. Da sind so Stifte drin. Und diese Stifte. Wenn ihr eine Schlüsselschraube habt. Warte. Das ist ein bisschen schwierig vor der Kamera. Das drückt man dann so rein. Und dann verkeilt sich das. Und dann könnt ihr den Scheiß feste oder lose drehen. Ich zeige euch das mal kurz in der Praxis. Meine Frau kommt. Was ist denn? So, pass auf. Ich habe hier ein Brett. Hier ist schon ein kleines Loch vor gebohrt. Da stecke ich die Schraube mal rauf. Und jetzt drückt ihr diese Stifte oder die Nuss mit den Stiften darauf. Das verkeilt sich. Und dann könnt ihr das festziehen. Und dann ist die Schraube drin. Lose. Genauso. Das ist natürlich nichts, wo ihr mit auf Montage gehen könnt. Sondern für jetzt mal gleich so. Mal kurz. Ich muss mal eine Schraube rein drehen. Eigentlich ganz geil. Weil bis du die passende Nuss gefunden hast, dauert das immer ewig. Ich zeige euch das nochmal. Schraube. So. Da geht der Kopf rein. Dann drücken die sich runter. Und dann verkeilt sich das Ganze quasi. Sieht man bestimmt. Eigentlich eine geile Sache. Wie gesagt. Das ist nur mal so. Wenn du jetzt mal kurze Schraube rein drehen willst. Äh. Dann ist das super. Für was Größeres. Natürlich nicht. Aber das ist geil. Da haben wir uns mit dem Baumarkt gefunden. Haben wir mal mitgenommen. So. Habe ich euch das auch mal gezeigt. So. Jetzt wollen wir nochmal auf die Uhr gucken. Und ich muss euch sagen. Sie läuft. Wenn man genau hinguckt, sieht man sogar, dass sich der Zeiger bewegt. Geil, ne? Eine schöne Wechsel. Vielleicht schenke ich die auch meiner Tochter. Weil die ja auch die da mit dem Auto rüber gefahren ist, ne? Mal sehen. Oh, wirklich ein kurzes Video. So. Jetzt wieder weg. Schön vor der Kamera längs laufen. Richtig. Ja, das war wirklich eine schlanke Nummer heute. Wir haben nicht mal solch die Werkzeuge gebraut. Außer hier die... Ich habe es vergessen. Schlüssel weg. Mama, Schlüssel weg. Aber... Gut... Ist das mal so, ne? Nächste Woche brauchen wir eine Lampe. Eine LED-Schreibtischlampe wahrscheinlich. Vielleicht wird es auch ein bisschen größer. Da sind wir etwas flexibel. das muss ich mir noch überlegen. Ich habe das Material schon alles hier. Dann habe ich noch eine Sache und zwar deklariere ich hier meine Videos als Werbevideos, da ich keine Lust habe, hier auf meinen Maschinen und was hier alles rumliegt, die Firmennamen abzukleben. Habt ihr sicherlich Verständnis für, also das ist ein Werbevideo und so ist das. Werbevideo. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche. Bleibt gesund und trag das nicht so doll. Tschüss.